in der falsche richtung gelaufen ich laufe durch die stadt und lalala ich laufe durch die stadt ihr habt mich alle lieb ich wollte sagen halt dich fest gut dann laufen wir eben so rum über die dächer ist sowieso immer ein bisschen kürzer ist ein freund oder ist ein feind also ein feind der sah aus der ferne so aus wie ein freund und tschüss der befehl ist einfach bewacht diese felder und passt auf dass diesen heubündeln nichts passiert hört sich vielleicht einfach an es ist aber eine sehr wichtige aufgabe okay den bauern töten ohne seine leute zu alarmieren oft du scheiße ja was oder so die messe habe ich zack so der ist hinüber hat er noch was nö gut komm mal rein hier ich höre euer murren ihr denkt dieser posten wäre zeitverschwendung doch ihr müsst verstehen unser überleben hängt davon ab dass wir unser eigentum schön mehr mit der lanze da gestikuliert ich erkläre es euch das heu ist futter für unsere pferde die wiederum ziehen unsere karren welche unsere wagen in die stadt bringen wo wir handel treiben können heu ist also die grundlage unseres lebens und dann ist da unser vieh kühe und schafe brauchen heu unter anderem als futter und wie ihr wisst geben sie uns noch vieles mehr wolle fleisch und milch und andere dinge seht ihr nun warum das heu nicht in die hände des feindes geraten darf ja nehmt eure arbeit hier ernst sie ist essenziell für unseren weiteren erfolg so im heilen da hinten ist auch noch einer ok könnte unser mann sein so ok kumpel kommen noch mal vorbei bitte wie viele passen da rein so erwischt jetzt haben sie mich erst gesehen super zu lange ertrug ich die beleidigungen sie schimpften mich einfach von niederem stand ich wollte ihren respekt meinen habt ihr sicher nicht auch wenn der tod schmerzhaft sein mag der schlaf ist sanft requiescat in pace ich muss weg einmal rum und die wand hoch und ich würde sagen halte ich da fest nein ich bin weg nee nee hast du nicht oder da rein ich bin versteckt ihr habt mich nicht gesehen tschüss tschüss so kommt der letzte auch noch eben schwein gehabt gibt es jetzt wieder oh gibt es wieder eine insücans tschüss 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 ok was war das? Santa Maria? Ach da ist anscheinend auch noch so ein Assassinen Grab glaube ich ich bin nicht hier ich bin weg Ach da hinten, da hinten, ok Also es würde sich eigentlich lohnen wenn ich hier auch mal ein bisschen was entdecken würde ganz kurz eben ganz kurz eben nein da kann ich nicht hoch hier kann ich hoch alles klar ich muss auch gleich mal eine Pause machen vom ganzen quatschen habe ich schon ein bisschen Halsschmerzen bekommen Ok Nicht runter blusen Versallen und wieder runter Und rüber hüpfen Und dann, komm schon Gehen wir mal zum nächsten Auftrag So Nur löppts Der letzte Ok der gute Mann der hat sehr weite Kleidung an Die Ärmel, die sehen ja aus Alles klar, ungesehen an Bord des Schiffes gelangen und den so so treiben Ach du liebe Gottchen Mal sehen, wie hart die unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen Wenn sie essen wollen, müssen sie Sabonarola als Führer anerkennen Huiiii, Platsch Ja hoffentlich kann er gut tauchen So Nein, ich bin weg Dann sag ich das Übel des Mammons Die Spalten, die er erzeugt Tja Der Mammon Böser Junge, der Nicht, dass der mich sieht Geh runter Oh, geh runter, du Knalltüte So Schleichen mich mal nach hier hin Äh Ah, komm schon Geh hoch Du sollst ja hoch Vollidiot Ja siehste, da sieht mich der wieder Mal sehen, wie hart die unbelehrbaren sind Wenn sie nichts mehr zu essen bekommen Wenn sie essen wollen, müssen sie Sabonarola als Führer anerkennen Äh, der hat mich gesehen Okay Und schmeißen gleich mit Steinen Okay Hm Gut, zweiter Versuch Die unbelehrbaren sind Wenn sie nichts mehr zu essen bekommen Ja Wenn sie essen wollen Hm Nein Oh Mann Oh, das Das riecht mich jetzt ein bisschen auf, ne Aber es ist gerade so spannend Ich muss Ich will gerne die ganzen Typen da Niedermachen Und Jetzt hat mich so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt Wie viele Oh, zwei Stücke Okay Das geht also auch nicht Ich versuche jetzt gerade irgendwie anders ran zu gehen Mal sehen, wie hart die unbelehrbaren sind Sonst muss ich gleich die Kanone rausholen Wenn sie essen wollen, müssen sie Sabonarola als Führer anerkennen Oh, ein Schuss Beih Fuf, 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 fuf Hm Das war bevor der Prophet meine Augen öffnete Dann sah ich das übel des Mama Platsch So, der schwimmt erstmal ne Runde Nein, die da vorhin Taucht erstmal ne Runde Sabonarola führt uns in eine neue Ära Na, glaube ich nicht Gleichheit und Gerechtigkeit Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen So, komm schon Den da will ich mir holen Dann klettere ich hier so rauf Hä, man muss ja irgendwie Da rankommen Na komm, lauf So, der ist weg So, jetzt bin ich auch hoffentlich wieder sauber Ne Ich hoffe, mich sieht da jetzt keiner Ah, der kann Der kann nicht hoch Willst du mich verarschen? Ah, okay Hey Kumpel So, der nächste Und tschüss Nein Okay, die zwei Stehen da nur Wache Zack Zack Haha Mein Kopf ist klar Request in pace Rest in peace Okay Okay Jungs Alter Oh, du leck mich Ich muss schnell ins Wasser Das ist meine Gettung Wui Platsch Ich bin hier Und gleich nicht mehr Denn ich bin weg Das ist doch gar nicht schwer Huch Hoppala So Alle Nutzer Ja Ich hab sie doch alle getötet Na, wenn das kein lustiger Affe ist Nein Gute Frau Ich bin kein Affe Ich bin Affacine Ein Affe Nein Okay So Dann klattern wir noch in den Turm hier hoch Und dann würde ich sagen Die nächste Folge In der nächsten Folge Machen wir dem Einne da den Gar aus Weil Ich denke mir Ich mache mal jetzt eine kleine Aufnahmepause Wenn dir das Video gefallen hat Würde ich mir sehr über einen Daumen freuen Oder Du schreibst es mir in die Kommentare rein Was dir gefallen hat oder was nicht Wir sehen uns in der nächsten Folge Ich wünsche euch noch einen Traumhaften Tag Bis Bis dahin Euer Gary Ciao